Die Entscheidung ist also gefallen. Wien bekommt eine rot-pinke Stadtregierung. Die entsprechenden Verhandlungen haben soeben begonnen. Ja, was bedeutet das aber für die Zukunft der Bundeshauptstadt und für das Verhältnis zwischen der Stadt Wien und der Bundesregierung? Bei uns dazu zu Gast nun der renommierte Meinungsforscher Christoph Haslmayr vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für die Einladung. Ja, SPÖ und NEOS, das ist die erste sozial-liberale Koalition in Österreich. Das hat Michael Ludwig, der Wiener SPÖ-Chef, gestern richtig stolz irgendwie von sich gegeben. Kann man anders formuliert sagen, das ist eine absolut selbstverursachte Niederlage der Wiener Grünen? Absolut. Die Wiener Grünen haben sich während des Wahlkampfs, aber speziell auch nach der Wahl selbst disqualifiziert. Im Speziellen die noch Vizebürgermeisterin Hebein und Spitzenkandidatin der Grünen. Die hat sich wohl selbst auf offener Bühne aus dem Spiel genommen. Es waren sehr viele Experimente dabei. Die berühmten Pop-up-Radwege, das Vorbreschen in Bezug auf die autofreie Innenstadt, auch das viel diskutierte Gürtelpool. Kaum etwas ist von diesen Projekten übergeblieben. Man hat den Eindruck, es ist sehr viel Porzellan zerschlagen worden. Dass wirklich ihr persönlich auch zugerechnet wird, wird es Konsequenzen für sie geben. Das kann man heute noch nicht sagen. Sie kriegt einmal Rückendeckung von den Bundesgrünen. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber auch innerhalb der Grünen, ja, da sagen jetzt viele, jetzt müssen einmal die Sozialdemokraten mit den Neos verhandeln und auch abschließen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das aber scheitert, geht Richtung Null, sage ich dennoch. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht kommen wir doch noch zum Zug. Heute seriöserweise kann ich Ihnen diese Frage noch nicht beantworten. Ja, die Türen bleiben offen. Das hat sie gestern mehrfach gesagt. Manche sagen ja viel zu oft, sie hat sich richtig gegen der SPÖ um den Hals geschmissen. Ist das sozusagen jetzt noch der Versuch, möglicherweise zu retten, was zu retten ist? Absolut. Sie ist mir wirklich vorgekommen mit den Schültern, nach dem Motto, wer will mich, bitte oder bitte nehmt mich. Aber da war die Tür schon längst zu im Büro des Herrn Bürgermeisters. Ja, kommen wir zur neuen Option. 46 SPÖ-Abgeordnete plus 8 von den Neos. Das machen in Summe 54. Exakt die gleiche Zahl, wie es bis dato war zwischen Rot-Grün. Das waren auch 54. Da haben allerdings 10 von den Grünen gestampt und jetzt sind es eben nur 8 von den Neos. Bedeutet auf der anderen Seite, die SPÖ ist jetzt im Verhältnis ein bisschen stärker, als es unter den Grünen war. Wird man das spüren? Natürlich. Also Bürgermeister Michael Ludwig hat ja auch angekündigt und hat ja auch bei der Pressekonferenz offen gesagt, naja, er ist doppelt so stark wie die ÖVP, er ist viermal, glaube ich, so stark wie die Grünen und sechsmal so stark wie die Neos. Also dementsprechend wird natürlich auch die nächsten fünf Jahre Wien eine rote Handschrift haben. Das ist aber auch logisch. So ist das Betonen des Kräfteverhältnisses, das hat schon etwas überrascht. Also sechsmal ist in der Tat sehr viel, man weiß es aber eh, man hätte das auch gar nicht so betonen müssen. Will er da jetzt schon ein bisschen auch sozusagen den Platz hier schmackieren und Druck machen? Natürlich, aber ich glaube, das macht man dennoch vor Verhandlungen. Also er hat einmal so die Pflöcke eingeschlagen. Das ist aber auch legitim, wenn man so viel Prozent hat wie die SPÖ in Wien und auch so hohe Zustimmungsraten wie auch Ludwig als Person hat. Dementsprechend ist das ein normales Verhalten, dass man mal sagt, okay, wir würden gerne mit euch gehen. Wir haben Beschlüsse vom Präsidium, vom Vorstand im Präsidium, selbst also sogar einstimmig innerhalb der SPÖ. Das war auch sehr beeindruckend. Aber natürlich ist das schon auch eine Botschaft, Kinder unter Anführungszeichen jetzt, warum Kinder, die Neos waren ja gestern acht Jahre alt, wo das bekannt gegeben worden ist. Also eine junge Partei, wenn man so möchte, im Gegensatz zur Sozialdemokratie, die es ja schon weit über 100 Jahre auch gibt. Und dass man auch hier sagt, naja, die tut es bitte nicht zu sehr übertreiben. Deswegen Pflöcke eingeschlagen, richtig gemacht. Ja, weiterhin wird es nur einen Stadtrat geben, mutmaßlich, der nicht von der SPÖ stammt. Das war schon unter den Grünen so. Die hätten jetzt aber aufgrund ihrer Zuwächs in den Zweiten bekommen. Die Neos müssen sich mit einem begnügen. Das dürfte eventuell der Bereich Bildung sein, hört man immer wieder. Christoph Wiederkehr sagt, das ist ein großes Thema für sie. Das war ja unter Matthias Strolz auch schon ein großes Thema. Aber es fällt schon auf, hinter Christoph Wiederkehr. Bei den Mandataren ab dem zweiten Platz, da fehlt schon noch an Profil, auch an Bekanntheit in der Öffentlichkeit. Wäre es überhaupt denkbar, eine Stadträtin, einen Stadrat in Wien zu bilden, ohne Christoph Wiederkehr seitens der Neos? Nein, in Wirklichkeit nicht. Also Christoph Wiederkehr hatte ja ein ähnliches Problem. Er wurde ja von vielen Journalisten, aber genauso auch von Kommentatoren noch vor einem halben Jahr belächelt. Da haben wir alle gesagt, das ist ja quasi ein Klassensprecher. Er hat sich dann über den Sommer zum Schulsprecher entwickelt. Und in den letzten zwei, drei Wochen des Wien-Wahlkampfs, des Intensivwahlkampfs, da ist er wirklich zum Spitzenkandidaten aufgestiegen. Und war wirklich für mich auch persönlich derjenige, der am meisten überrascht hat. Er hat natürlich wegen dem Thema Corona die ganzen Auftritte genutzt, nämlich die medialen Auftritte, die Elefantenrunden, die Duelle. Das hat er wirklich gut gemacht und war am Ende des Tages die Überraschung des Wahlkampfs. Und er war auch derjenige, der am wenigsten bekannt war von allen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Das heißt, dass man die Leute, wenn man sie noch vor einem halben Jahr oder vor drei Monaten gefragt hätte, was wieder wäre und nicht wiederkehre. Also jetzt hat er sein Profil geschärft, aber dass er nicht Stadtrat wird oder jemand anderes, das ist für mich denkung möglich. Ja, Birgit Heben, haben wir schon besprochen, hat sehr polarisiert und dabei vieles verloren. Gernot Blümel von der ÖVP war ja auch im Gespräch als Wiener Landesparteichef, ist nicht zum Zug gekommen, so wie die Grünen auch nicht. Gestern in einer ersten Reaktion hat die ÖVP von dem bequemsten Weg der SPÖ Wien gesprochen mit den leichtesten Gegnern. Hat die ÖVP da ein bisschen recht? Das sehe ich nicht so. Eines war klar, am Tag der Wahl bereits hat sich Gernot Blümel am Abend schon aus dem Spiegel genommen, indem er bei der Elefantenrunde gesagt hat, naja, die Koalition in Wien mit der ÖVP, den gibt es nur mit mir. Als Finanzminister noch und dann vielleicht als Vizebürgermeister. Das hat natürlich Bürgermeister Ludwig nicht unbedingt gefallen, weil wenn er etwas mit der ÖVP gemacht hätte, dann so quasi mit einer schwarzen ÖVP unter dem Wirtschaftskammerpräsidenten Ruck. Die können gut miteinander. Michael Ludwig ist auch jemand, der diese Zahlpartnerschaft zum Beispiel auch sehr stark lebt. Also mit dem hätte Michael Ludwig sofort eine Koalition eingegangen, mit der quasi neuen türkischen ÖVP und speziell auch unter Gernot Blümel. Das war ausgeschlossen. Und jetzt, wenn natürlich jetzt die ÖVP hergeht, naja, von den Zahlen haben sie ja sicher recht. Nur die Neos haben schon auch gezeigt, dass sie auch regieren können, wenn wir auch nach Salzburg schauen. Dort sind sie ja bereits in einer Koalition, unter anderem auch mit der ÖVP und mit den Grünen in einer Dirndl-Koalition. So sehe ich nicht so. Ja, die erste sozialliberale Koalition in Österreich wäre es jedenfalls in Wien. Ausländische Beispiele gibt es ja auch, aber in Österreich wäre es durchaus eine Premier. Wenn man auf der Themenpalette jetzt sieht, angenommen das Thema wäre jetzt die Bildung, zumindest haben sich die Neos lange darauf fokussiert. Wie gesagt, bei Matthias Scholz hat das schon begonnen, war jetzt auch im Wahlkampf ein ganz, ganz großes Thema. Was würde denn anders werden, wenn die Neos konkrete operative Verantwortung übernimmt? Was heißt das konkret für die Bildung? Für die Neos ist Bildung eine Herzensangelegenheit. Das hat schon Matthias Strolz gesagt, aber das hat auch dann Beate Meinl-Reisinger, die neue Parteichefin, also neu ist sie ja gar nicht mehr, und auch Wiederkehr in Wien auch immer gesagt. Das ist eigentlich das Kernthema der Neos gewesen. Die beste Bildung für unsere Kinder und für die Jugendlichen. Und wir wissen natürlich in Wien, in Wien gibt es ja seit vielen Jahren, Schrägstrich sogar Jahrzehnten, Probleme mit Brennpunktschulen, mit Schulen, wo quasi am Bausenhof mehr in anderer Sprache gesprochen wird, als in der Muttersprache zum Beispiel Deutsch, und in unserer, bei der Muttersprache in dem Fall Deutsch. Und hier kann ich mir schon vorstellen, dass die Neos einiges anders machen würden, was sie anders machen, zum Beispiel eine Digitalisierung auf der einen Seite. Das heißt, dass das Lehrpersonal, das ist auch ganz, ganz wichtig, einmal überhaupt geschult wird mit den neuen Medien, damit sie dann auch die Kinder und die Jugendlichen unterrichten können, dann auch die Förderung von Kindern, die Migrationshintergrund haben. Das heißt, da gibt es ja auch viele Bildungsexperten, die sagen, naja gut, Deutsch lernen so quasi dann im Kindergarten, weil zu Hause wenig gesprochen wird. Aber auch hier muss man dann auch am Nachmittag fokussieren. Ganztagsschulen, ein wichtiges Thema, dass auch Kinder, die spezielle Bedürfnisse haben, auch die Möglichkeit haben, dass sie auch hier noch weiter betreut werden können, unterrichtet werden können. Ich glaube, da werden die Neos schon auch Akzente setzen können. Ist ja ein Thema, das durchaus der SPÖ auch nahe ist, Ganztagsschulen zum Beispiel, auch Integrationsthemen. Das war das Thema, wo natürlich auch Michael Ludwig auch während des ganzen Wahlkampfs gesagt hat, da ist er auf einer Linie mit Christoph Wiederkehr. Da gibt es Probleme, das weiß auch die SPÖ in Wien. Und deswegen ist es, glaube ich, auch der SPÖ sehr, sehr recht, wenn man hier die Neos hat, die Bildung als Herzensthema haben, dass sie sich nun diesem Thema auch annehmen. Jetzt hat Jürgen Schöner-Horske, der aktuelle Bildungsstattrat, allerdings erst vor ganz kurzer Zeit die digitale Bildungsstrategie Wien 2030 präsentiert. Wie wenn er es gewusst hätte, dass es möglicherweise mit den Neos etwas wird. Da wurde ein Pflok eingeschlagen. Das war erst vor wenigen Wochen so. Würden die Neos diesen Stadtratsposten übernehmen, wäre zumindest Jürgen Schöner-Horske diesen los. Man wird da sicherlich eine auch weiterhin gute Verwendung finden, nehme ich an. Er ist wohl gelitten beim Bürgermeister, aber trotzdem. Das würde schon ein vehementer Einschnitt in die derzeit bestehende Regierungsmannschaft der SPÖ bedeuten. Ja, aber ich glaube nicht, dass er nicht mehr Stadtrat werden würde. Er würde einfach andere Ressorts bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, die Frau Vizebürgermeisterin, noch Vizebürgermeisterin Hebern, hat ja auch zum Beispiel das Thema Verkehr unter anderem. Es könnte zum Beispiel auch eher Stadtrat übernehmen. Oder man macht generell, auch das ist durchaus denkbar, einen Mix an den Ressorts, dass man zum Beispiel sagt, okay, von der Stadtratin Uli Sima wandert vielleicht das eine oder das andere zu dem einen Stadtrat. Also hier, da sehe ich nicht das große Problem. Ich denke aber dennoch, dass er definitiv Stadtrat bleibt, auch wenn er dieses Gebiet abkommen muss. Absolut, wurde er fast demonstrativ durchaus gelobt vom Bürgermeister. Und Jürgen Schöner-Horski hat zuletzt ja auch gute Figur gemacht, auch mit der digitalen Strategie. Schauen wir mal. Sehr interessant ist natürlich jetzt auch das Außenverhältnis der Stadt Wien zur Bundesregierung. Das ist seit Jahrzehnten getrübt. Das ist fast schon nach Ende der Monarchie so gelaufen. Hat sich zuletzt im Wahlkampf wieder zugespitzt. War aufgrund dieser Zwitterfunktion der Grünen einerseits auf Bundesebene, andererseits auch in der Wiener Stadtregierung gar nicht so leicht für die Grünen vor allem. Die saßen da zwischen zwei starken Polen. Das war die ÖVP, die türkise ÖVP und die SPÖ in Wien. Jetzt dürfen die Linien aber ganz klar sein. Kommt es jetzt zu einer möglichen Totalkonfrontation? Ich denke schon, weil es war eine strategische Entscheidung. Und Herr Koller, ich bin schon bei Ihnen gestanden, wo wir das analysiert haben, wo wir gesagt haben, es gibt quasi nur die zwei Optionen mit den Grünen. Ja, dann habe ich einen Fuß in der Bundesregierung. Oder mit den Neos, dieser neue Weg, diese Reformkoalition, wie es auch Bürgermeister Ludwig sagt. Dann gehe ich auf Konfrontationskurs mit speziell der Bundesregierung. Und hier steigt in Wirklichkeit auch Michael Ludwig als wirklich ganz, ganz starker Mann auch innerhalb der Bundes-SPÖ auf. Es ist ein Wiener Bürgermeister immer innerhalb der SPÖ. Aber jetzt ist er derjenige, der durch diese Entscheidung massiv die Bundesregierung unter Druck bringt. Warum? Warum? Die Grünen, ja, die werden jetzt, und man kennt die Wiener Grünen, die waren ja nicht immer so, nennen wir es mal freundlich, so wohlgesonnen, auch dieser Koalition auf Bundesebene zwischen der ÖVP und den Grünen. Da, wenn jetzt viele sagen, nehmen wir mal die Personalie raus, ihr seid mit Schuld, dass wir in Wien rausgeflogen sind. Das heißt, man wird die Messer wetzen und auch Werner Kogler als Vizekanzler und Bundesparteivorsitzender der Grünen in Österreich, der wird sich wohl am Wiener Parkett nun die genagelten Schuhe anziehen müssen, weil der Wind von den Wiener Grünen definitiv rauer wird, obwohl man es in Wien selbst eigentlich, man hat es selbst, ich sage es jetzt ganz salopp, man hat den Kahn an die Wand gefahren, man hat de facto verkackt, unter Anführungszeichen, wenn ich das sagen darf. Das heißt, man ist in Wirklichkeit selbst schuld und nicht die Bundesgrünen. So ist es, den Eindruck habe ich auch. Also würde man da jetzt die Bundesgrünen vorschieben, dass sie quasi zu liberal wären im Kurs und zu sehr ÖVP-minded, würde das ja schon von dem eigenen Unvermögen vielleicht ablenken, mit Dingen vorgeprescht zu sein, die den Bürgermeister offenbar sichtlich verärgert haben. Das Gürtel Buhl hat jetzt nicht Werner Kogli erfunden und auch nicht die Popperbratwege. Das war schon tatsächlich selbst verursacht. Man würde jetzt ein Opferlamp suchen, das damit wenig zu tun hat. Ja, weil man sucht ja in der Regel, und das ist für mich auch menschlich und in der Psychologie auch erklärbar, die schuld meistens bei anderen und nie bei sich selbst. Und genau das tun jetzt auch die Grünen. Jetzt hoffen sie nochmal, dann werden die Fetzen intern auch sicher auch fliegen. Ja, wenn sie sehen, okay, wir kommen wirklich nicht mehr in eine Koalition mit der SPÖ. Das heißt, da werden manche schon sich in Stellung bringen und sagen, naja, das und das ist falsch gelaufen. Aber man kann in Wirklichkeit mit der SPÖ in Wien nicht so umgehen, wie zum Beispiel mit der autofreien Innenstadt. Natürlich, sie haben das vollkommen recht, der Buhl, die Popperbratwege, alles. Aber die autofreie Innenstadt, das war es am Ende des Tages, weil die Rathausroten einfach nicht informiert wurden. Die wurden am falschen Fuß erwischt und mussten von dieser Initiative aus den Medien erfahren. Und dann hat der Bürgermeister auch gesagt, so und jetzt reicht es. Und dann noch dazu die Kooperation von Birgit Heber mit einem schwarzen Bezirksversteher, mit Markus Fiegl, auch symptomatisch vielleicht dafür, dass man sich ausgegrenzt empfunden hat als mächtige Wiener SPÖ. Genau. Jetzt haben Sie tatsächlich vorhergesagt, ja, es gibt diese zwei Wege, den Weg mit den Neos, der jetzt offensichtlich beschritten wird. Den mit den Grünen aber nicht mehr zu beschreiten, bedeutet auch quasi den Fuß aus der Bundesregierung bewusst rauszuziehen. Das betrifft jetzt aber schon auch Finanzierungsthemen. Es wird ja vieles in Wien, einerseits von der Stadt Wien finanziert, andererseits vom Bund mitfinanziert. Zum Beispiel der U-Bahn-Ausbau. Ein ganz zentrales Thema, das Kreuz U2, U5, da fehlt es teilweise auch bei der Verlängerung der U5 noch um Zusagen aus der Bundesebene. Kommt dieses Geld nicht, wird man in Wien die U-Bahn nicht bauen können. Das ist dann ein strategisches Dilemma. Das ist ein strategisches Dilemma, aber es ist vor allem auch eine strategische Entscheidung gewesen. Und ich denke, dass auch Michael Ludwig hier die Stadt Wien als Bollwerk gegen den Kurs der Bundesregierung einfach positionieren möchte. Und mit Verlaub, ich kenne natürlich Landeshauptmann Kaiser, Landeshauptmann Oskozil, aber er ist in Wirklichkeit der stärkste Landeshauptmann und Bürgermeister natürlich gleichzeitig. Und Sozialdemokrat, der hier jetzt auf dem Tisch schaut und sagt, okay, das ist der Kurs gegen, unter Anführungszeichen, die Bundesregierung, die soziale Kälte macht und, und, und. Das heißt, das ist eine klare Entscheidung von ihm. Und er kann natürlich auch Sebastian Kurz vor sich her treiben. Das darf man nicht unterschätzen. Mit manchen Ministern gibt es ja immer auch wieder gewisse Schattenboxen mit seinen Stadträtinnen und Stadträten. Aber wenn dieses Geld zum Beispiel nicht fließt für den Ausbau der U2, U5 und so weiter, ja, dann kann ich auch wieder zuspitzen, dann kann ich polarisieren. Und das verstehen aber die Menschen dann doch nicht, wenn wir immer über Klimaschutz reden, über Klimakrise, warum wir dann plötzlich keine Tunnels mehr bauen können oder oberirdisch die Gleise führen können, ins Wiener Umland, was ja definitiv Sinn machen würde und vor allem auch verkehrstechnisch die Stadt entlasten würde. So ist es möglicherweise auch eine Kooperation in der Ostregion zwischen Niederösterreich und Wien. Da gibt es ja so Signale, dass es Straßenbahnlinien ins Wiener Umfeld geben könnte. Oder auch die U4 bis hier in Kloster Neuburg hört man das auch immer wieder. Und die Straßenbahnlinien zum Beispiel nach Berchdolzdorf, da gibt es nämlich schon alte Straßenbahnlinien. Da ist nämlich vor Jahrzehnten die Straßenbahn hinausgefahren. Die müsste man jetzt noch erneuern. Das ist eine Kleinigkeit in Wirklichkeit, was das kostet. Aber würde auch wieder mehr Platz auf den Wiener Straßen bringen. Berchdolzdorf ist ein Thema auch, Schwächert oder Groß Enzersdorf. In alle Richtungen. In alle Richtungen. Ganz zum Schluss noch, kann das rausfallen aus der Koalition, das ja noch nicht besiegelt ist, aber es deutet alles in diese Richtung, Birgit Hebein, ihr Amtkosten? Durchaus möglich. Aber wie gesagt, jetzt wird man einmal bis Mitte November hoffen, dass es doch scheitert mit den Neos. Aber dann wird es sicher innerhalb der Grünen Schuldzuweisungen geben, wer ist verantwortlich. Sie hat einen Vorteil, sie kann auch immer sich hinstellen und sagen, die Grünen sind vor drei Jahren rausgeflogen aus der Bundesregierung. Und ich habe ja auch ein Plus eingefahren. Das beste Ergebnis aller Zeiten. Das beste Ergebnis aller Zeiten. Aber viele unter vorgehaltener Hand geben Birgit Hebein und vor allem ihrem Verhalten, wie der Elefant im Porzellanladen die Schuld, dass die SPÖ gesagt hat, nein, 15 Jahre, das wird es mit uns nicht gehen. Und es könnte jetzt im Umkehrschluss auch bedeuten, dass die Grünen auf Bundesebene besonders unter Druck kommen, weil die ÖVP weiß, die Grünen haben jetzt nur mit diese Optionen. In Wien sind sie jetzt in Opposition und wie viel das bringen wird, wird man erst sehen. Die Grünen sind in der Opposition jetzt auch nicht so laut, dass man nach zehn Jahren Regierungsbeteiligung gleich sagen kann, wir fallen sofort auf. Man sieht ja auch bei der SPÖ, wie lange das dauert im Bund. Können sich extrem schwer tun. Eben, eben. Jetzt könnten die auch auf Bundesebene ordentlich unter Druck kommen. Absolut. Und sie könnten in Wirklichkeit auch von ihren eigenen Leuten in Wien unter Druck kommen, die hier einen schärferen Kurs fahren, um Profil zu zeigen, um Flagge zu zeigen. Und sagen, naja, ihr tragt alles mit, was so quasi der Mitte-Rechts-Kurs von Sebastian Kurz so von sich gibt. Ja, da tragt ihr alles mit. Das glaube ich, wird noch für Probleme innerhalb der Grünen sorgen. Und wie schon gesagt, Werner Kogler kann sich die genoggelten Schuhe anziehen. Ganz zum Schluss ein Satz noch zur FPÖ. Die hat in unserer Analyse überhaupt keine Rolle gespielt. Das wird auch so bleiben. Mittelfristig ist da in Wien wahrscheinlich nicht viel zu holen. Mittelfristig ist nicht zu holen, aber die FPÖ selbst wird 2025 ein Wahlgewinner sein. Egal wie viel Prozent, das ist aber auch logisch, es steht bei sieben Prozent. Tiefer kann es nicht gehen, weil unter fünf liege ich raus im Gemeinderat. Aber man wird sich erholen. Jetzt warten wir mal, ob was hier mit Strache noch passiert. Tritt in Oberösterreich an oder nicht? Oder ist das Thema wirklich abgehakt? Und wie entwickelt sich die wirtschaftliche Situation mit Corona auch weiter? Arbeitsplätze, Kurzarbeit und so weiter. Viele Menschen haben Sorgen, da könnte schon auch die FPÖ wieder profitieren. Es ist alles Kaffees und Gläserei bis jetzt. Ja, wie immer spannender Blick hinter die Kulissen. Christoph Haslmayr, danke für den Besuch im Studio. Einmal mehr und danke für die Analyse. Bis zum nächsten Mal. Ja, es werden spannende Wochen, aber es deutet alles darauf hin, dass es zu einer rot-pinken Koalition in Wien kommt. Es bleibt 54 Abgeordnete von 100, wären es damit genauso viel wie vorher rot-grün. Ja, wir beobachten das natürlich für Sie ganz genau und berichten darüber. Alles Liebe, danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.